Denk wohl auch immer was besser was. I'm in the man. Okay. Hm, no. So, ne. Man. Einen Schmenderman. Das wird doch nicht so viel verlangt sein, oder? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Äh. Ich sehe hier keinen. Einer Creeper, Beach Creeper. Savannah Creeper können sich gerne nochmal verkrümeln. Für Savannah Enderman. Okay. Necromancer. Seffino. Das sind denn Endermen so selten hier in dem Modpack, ey. Ja. Target acquired. Wüste hauen, dann teleportieren sie sich nicht. Natürlich waren das jetzt zwei Enderman. Warum sollten es auch weniger sein? Ja, nicht vergessen. Immer wenn man nur eine braucht. Eine Sache. Kommt man dann direkt drei. Wollen wir, wenn man vorher mehr gebraucht hat. Ui. So, Ender-Ei. Da. Okay. Okay. Zehn. Blasedust. Powder. Entschuldigung. So. Wo hätten wir vielleicht sonst... Okay. Äh. Redstone. Vielleicht nur... ...15 dann. Also mit Glowstone. Und nochmal Gold. Haben aber auch noch die... Glowstone Alloys. Muss bezeichnen. Aber warum denn? Getting started. Genau hier ist halt... Alles. Drin. Wow. Raw auto modern. Hm. Builder Warden. Wow. Liebe Dude Boxen. Turtium Essence. Okay. I take that. Starter Power. Soll ich denn sowas machen? Na gut. Da wurde jetzt wirklich alles durchzuklicken. So. Ich will halt einfach nur erstmal... Mal. Naja. Sechs stücke oder so brauchen. Einfach nur für... Mal. Die Level. Dass ich die erstmal loswerde. Dann kriegen... Na. Noch ein Erdös dabei. Abes. Ein bisschen was mitnehmen. Aber das neue Erdös. Erdöschen hier. 31. Oh. I take it. I take it. I take it. So. Das kann man dann zumindest auf unsere Rüstung schon mal drauf tun. Dann... Ah. Bei der Enchanted falsch. Du musst dann Bücher machen. Und die kombinieren. Und dann... Äh. Waystone. So. Bei der Zahl ist schon sechs. Okay. Ender Dragon. Oh. Auch ein Pfeiler, ne? Kann ich die hiermit auch schießen? Nö. Okay. Kann nicht. Kann nicht. Mano. Gut. Müssen wir noch ein paar Chickens hier umgehen. Entschuldigung. Ich mach' ein paar Federn. Das ist ne Biene. Mh. Katsache. Kann's mir nicht entkommen. Ein Stück. Na wir haben ja... ein paar Warden Spikes. Nicht wirklich viele. Wärme. 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 thing. Wärme. so viele Arrows. Wärme. Wärme auch eigentlich nicht. Nein. Wir haben ja euer Deck. Oder savior Stags. unächst mal darüber eilen. Und währenddessen... Einen Schluck trinken. Lecker, Eistee von Not Sponsored. I'm falling. Yeet! Moin! End. Tadaa! Im Gegensatz zu Sky Factory sollte hier der Enderdrach eigentlich leben. Eigentlich. Kurz strecken. Schulter ein bisschen strecken. Muss ich mal umschauen? Awkward. Ist fast leer. Na komm. Ich will doch nur da rein. Hallo! Okay, da sind wir wieder. Das Spiel ist eben gecrashed. Und ich hatte die Perlen und meinen Waystone noch. Den habe ich gelöscht. Und wir kommen im End. Ich hatte zuerst eventuell die Vermutung, dass wir... den Trailer ausmachen müssten oder sowas. Wir haben jetzt ja die Kackviecher hier im Gesicht. Die End Endermänner. Da platzen jetzt gerade die ganzen Dinger auf. Während der Drache spawnt. Oh, der hat meinen Bogen auch gefressen. Der Reset. Das ist ungünstig. Hat der den Charm uns gefressen? Nee. Das ist richtig ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Ähm. Kann man ein Jetpack machen? Einfach eins, damit wir erstmal... Da wieder hochkommen können. Da warten wir da ins Ohr. Ja, das war jetzt natürlich richtig, richtig blöd. Er hat echt meinen Bogen alles gefressen? Ja. Da ist ja doch mal eine Pfeile genommen. Cool. 20.000? Ich glaube nicht, dass ich damit weit komme. Okay. Noch Eisen. 100.000. Soll noch den Fahrer reichen? Nein, wir müssen ja nur wieder hin. Oh, da ist Don. Fühlt sich das komisch an. End. Schnell reinhüpfen. Ja. Ne, ein weiterer. Rewards. Ja. Ja, dass uns das... Äh, auch unsere... Ne? Tringer genommen worden. Ist natürlich richtig cool. Unsere Pfeile. Ich will nicht schon wieder sterben. Wir machen halt unglaublich viel Schaden, ey. Wann das eigentlich für Achievements? Ist doch halt 1-Hour. Ist doch halt 10-Hours. Wir haben halt noch einige zum Wegmachen, ey. Okay. Ich vielleicht... Okay. Hast du eine höhere Reichweite? Eine leicht höhere Reichweite, ja. Wir machen nochmal. Er... Und jetzt... Aber... Er... Ich muss mal... Erstmal... so jetzt So, soviel sei mir zumindest erlaubt, dass ich mir ein Stack Pfeile nehmen kann und darüber fliege. Also das war halt ein absoluter Bullshit, weil das Spiel gecrashed ist und rund habe ich halt meine Sachen verloren. Und das nehme ich so nicht hin. Was wir machen können, ist, ich werde mich umbringen und alle EP verdienen, am Ende doch ein Kampf, aber den Mist hier mache ich nicht nochmal. So, tut mir leid, aber ich hasse dieses... Ja, ich hätte mir halt einfach neue Pfeile machen können, aber das Spiel hätte ja auch nicht einfach crashen müssen und irgendeine Sache wegnehmen müssen. Ich weiß eigentlich mal, warum es mir crash ist. Deswegen geht es übrigens mit dem Jetpack und nicht mit... Mit Creative Mode würde ich mal mehr... Das ist mir wahrscheinlich am Shader das gecrashed ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich heute bei ihnen... Ich weiß nicht. Da ist mir nicht mehr verletz... Ich weiß nicht. Das war doch ein richtig krasser Bogen, den wir verloren haben, ne? Richtig ätzend. Da ist ein Lego Körper hier. Richtig ätzend. Du hast das Ei, das lassen wir mal liegen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Ei auch was anfangen können. Mich aber nicht weg. Das wäre richtig bitter gewesen. Jetzt müssen wir nur ein Portal nehmen. Und dann noch 81 Level. Wir können immer wieder spawnen glaube ich. Was ist das? Tin and all. Da geht hier drin mal gar nicht, ne? Wo ist denn hier zum Portal? Da. Da. Das wäre ja mal. Markieren hier. Alle da reinwerfen. Hm. Ah. Natürlich. Alle da reinwerfen. What? So. 904 Meter entfernt. Krass. Was ist das? Ne Banshee hier drin? Ne Banshee hier drin? Das. Das. Moment. Vielleicht nur für die Dinger hier. Was anderes war ich nicht hier. Ja. Ich war jetzt wo. Ne. Das Modul mal voll machen. Hier gibt es im End gibt es UnOctanium. Weiß ich ganz äh. Wie das aussieht. Es wird höchstwahrscheinlich auffallen. Das ist auch relativ selten. Ich glaube die sind so eine Unterseite. Vom End. Und ich glaube wir brauchen eine Audimodium Spitzhacke um die abbauen zu können. Die sind misunderstood. Legendary Gegner. Holy shit. Da hinten. Schulker. Ich glaube wir sind ein Jetpack auch. Wenn ich deswegen nicht fliegen kann. Oh. Der Angriff zerschreddert. Gegner schon Rüstung? Ne. Wie. Perf. Wie. 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 Okay. Okay. Hey. Ich kann nicht wegporten hier. What? Ich kann nicht wegporten. Ich kann nicht wegporten. Das ist ein Jerk. Ohne Jerk zu bekämpfen wäre richtig ätzend. Hier noch Platz. Holy shit. On-Hit-Gain-Speed. 2. 4%-Schutz-Loot-Piñata. Sockerte 3. Das Item-Innoß-30%-Durability-Damage. Looting 5. Enemy-Drops are directly committed to experience- Ah. Na wobei, es könnte halt trotzdem gut sein. 200% Crit-Chance plus 30% Crit-Ans plus 30% Lifestyle. Alter. Das Ding werden wir auf jeden Fall zu einer Never-Ride Version machen. Interessiert es mich auch mal. Ja. Ist direkt zur AP gewonnen. Okay. Ich meine, wenn man nur auf die Kills aussimmt, ne? Und nicht, zwangsweise auf die Items. Ist ja trotzdem nicht schlecht. Dann stehe ich mal so zur Insel rüber. Vielleicht darf ich das auch, dass mich hier vielleicht irgendwas weg snackt. Spawn. Ich weiß nicht, ob ich mich umbringen soll. Nur, dass ich gecheatet habe. Mein 1-82-Level ist halt schon krass, ne? Oh nein, Crap. Da ist er wieder. Na ja, Beppo, Mann. Okay. Soll es aber erstmal gewesen sein. Wir haben genug Zeit verbracht da drin. Äh, einmal leer machen. Ne, nicht die Potaz. Ich bin ja froh, dass die Sachen nicht flirten gegangen sind. Hätte ich glaube ich richtig geweint. Ja, weil das hier dann schon krass. Ja, okay. Okay. Dann, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ich glaube, die Videos haben euch trotzdem soweit gefallen. Ich werde sagen, kommentare und tics natürlich wie man wünscht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.